Hallo und grüß euch zu BahnGigant und zwar schauen wir uns heute an den ersten DLC, den es für den BahnGiganten gibt, nämlich die Map Shanghai. Und wir werden klären, hoffentlich halbwegs objektiv, ob Shanghai sein Preis wert ist und ob man den DLC wirklich kaufen sollte. Und warum, sage ich, möglichst objektiv. Der eine oder andere weiß es vielleicht. Shanghai, das ist mein Werk, das habe ich gestalten dürfen, war eine Auftragsarbeit. Und entsprechend kann ich natürlich jetzt auch einiges über die Map erzählen und ich habe mir gedacht, ich nehme das eben zur Gelegenheit, um euch wirklich auch zu sagen, warum schaut die Map so aus und auch zu erzählen, wie ist die Map überhaupt entstanden, wie bin ich das Ganze angegangen und warum habe ich manche Sachen so gemacht, wie sie sind und naja, warum fehlt auch vielleicht sogar das eine oder andere. Also, Shanghai, naja, soviel ist klar. Von der Skalierung her schaut es so aus, Shanghai hätte natürlich nie auf einer E-Train mehr Platz, darum habe ich das Ganze ein bisschen verkleinern müssen, um zumindest das Wichtigste hier abzubilden und das Wichtigste in Shanghai war und ist meiner Meinung nach natürlich die Shanghai-Metro bzw. S-Bahn. Und entsprechend sind hier, wie ihr seht, durchaus eine adäquate Menge an Gleisen. Oberirdisch, ja, jetzt nicht allzu viel, aber wenn man mal in den Untergrund schaut, das werden wir machen. Ihr seht es hier, hier ist wirklich eine Menge los, also hier liegen viele, viele U-Bahn-Gleise. Und was hier teilweise ein bisschen zufällig ausschaut, ist alles mit Absicht basiert, heißt, hier sind wirklich die Linien von Shanghai möglichst genau abgebildet und auch die Bahnhöfe möglichst genau abgebildet. Da habe ich natürlich nur eine gewisse Anzahl rauspicken können, weil durch die Skalierung hätten unmöglich alle Bahnhöfe Platz. Da müsste ich alle, ja, 10 Meter einen neuen Bahnhof machen und es wären überhaupt keine freien Strecken mehr dazwischen. Von dem her fehlen hier natürlich eine Menge Bahnhöfe. Hier gibt es in Shanghai viel, viel mehr, aber wie gesagt, die Skalierung hätte das auch nicht zugelassen. Ja, und entsprechend habe ich natürlich auch schon ein paar Züge auf die Gleise gesetzt. Ihr seht hier eben die ganzen Linien auch durchnummeriert. Da unten gibt es noch ein paar. Und ich habe eben auch darauf geschaut, wo verläuft das Ganze oberirdisch, wo verläuft das Ganze unterirdisch und entsprechend das eben, wie gesagt, möglichst gut nachgebaut. Selbes gilt natürlich auch für den Flusslauf und die ganzen Straßen, also ein Großteil der Straßen, die ihr hier seht, sind auch, ich nenne es mal, designed. Das heißt, mit einer bestimmten Absicht an eine bestimmte Stelle gesetzt. Also hier zum Beispiel der innere Ring, der hier rum verläuft oder der äußere Ring, der da außen rum geht. Das ist alles, ja, mit einer bestimmten Absicht und an eine bestimmte Stelle eben möglichst dem Original nachempfunden. Und zur Entstehung von der ganzen Map schaut so aus, eben Gleise gebaut, Bahnhöfe gebaut, Linien gebaut, Straßen gebaut und dann eben mir überlegt, wo will ich jetzt welches Wohngebiet haben. Da ein bisschen, oder besser gesagt, so gut wie möglich entsprechend Bilder und Satellitenfotos angeschaut und die Wohngebiete langsam entstehen lassen. Erstens mal durch gezieltes Platzieren von Gebäuden, um einfach bestimmte Wohngebiete oder Geschäftsgebiete zu begünstigen. Und dann eben auch Fabriken gebaut, Lagerflächen gebaut, in bestimmten Größen, mit bestimmten Frequenzen, wie schnell oder oft Waren angeliefert werden, damit eben wie zum Beispiel hier wirklich nur ein Dorf entsteht oder hier eine kleine Vorstadt oder eventuell eben hier sogar ein etwas dichteres Wohngebiet. Bürogebiet, eventuell sogar eben ein Bürogebiet, so wie hier zum Beispiel. Das ist eben alles mit einer gewissen Absicht basiert und da habe ich die Maps, so wie man sie hier sieht, eben über mehrere Jahre hin designt, beziehungsweise hingespielt. Und das ist übrigens sogar die dritte Version, die ersten zwei, die ich gemacht habe, die auch einiges an Zeit verschlungen haben, habe ich verworfen, einfach weil sie mir nicht genau genug waren, beziehungsweise nicht so geworden sind in der Entwicklung, wie ich mir das gewünscht habe, weil ich wollte die Verteilung möglichst gleichmäßig haben und um alle Bahnhöfe eine gewisse Menge an Häuser, beziehungsweise an Büros, Hotels und so weiter haben, aber eben nicht zu dicht zuwachsen lassen, damit natürlich der Spieler hier die Möglichkeit hat, selbst an der Map noch einiges zu machen. Ist übrigens auch der Grund, warum sie flach geblieben ist. Einerseits natürlich, weil es in Shanghai sehr flach ist und andererseits, weil ich eben wollte, dass man hier möglichst dicht bebauen kann und hier eine riesen, riesen Großstadt entstehen lassen kann. Was sind jetzt die eingebauten Probleme bei der Map? Ja, wer ein bisschen zugeschaut hat, es gibt hier keine Fabriken, keine Lagerflächen. Die habe ich alle wieder entfernt, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich mir gedacht habe, ist sicher interessant, eine bestehende Stadt probieren auszubauen, wenn man keine Fabriken und keine Lagerflächen hat. Weil die Frage ist natürlich, wie bekomme ich hier vernünftig, zum Beispiel in die Innenstadt, Bahn, ohne dass sich die ganze Stadtplätte mit dem LKW reinliefern, eventuell irgendwelche U-Bahnen sogar nutzen, vielleicht neue Gleise verlegen, das ist dem Spieler selber überlassen und entsprechend ist ja auch die Editor-Variante dabei. Falls man hier selber noch ein bisschen nachbessern will oder sich es ein bisschen leichter machen will, kann man hier gerne nachbessern, beziehungsweise eventuell das Startbudget erhöhen. Busse gibt es ein paar, einfach um anzudeuten. Hier ist es auch attraktiv, mit Bussen Geld zu verdienen, also die machen schon Plus, wenn man das Spiel startet. Die Züge ebenso, allerdings kosten die Bahngleise und die U-Bahn-Gleise, die hier verlegt sind, natürlich eine unglaubliche Menge an Geld und die winzige Anzahl an Zügen, die hier bereits unterwegs ist, genügt einfach nicht aus, um das Ganze zu finanzieren. Heißt, hier muss man unbedingt nachlegen und einfach die U-Bahn-Menge verdoppeln, verdreifachen und entsprechend auch die Fahrpläne einstellen. Die Fahrpläne sind hier quasi überhaupt nicht eingestellt, die U-Bahn fährt einfach einmal am Tag, was natürlich viel zu wenig ist. Die MEP ist für 60-fach ausgelegt, kann man aber gerne auch sich auf 30-fach stellen und entsprechend die Fahrpläne auch anpassen. Hier kann man, glaube ich, dank der 100 möglichen Züge echt einen schönen, dichten Fahrplan machen und, glaube ich, mit Zügen hier bereits eine Menge Geld verdienen und dadurch eben vermutlich den Stadtausbau entsprechend finanzieren. Immobilien besitzt man auch zum Startenpaar, das sind hauptsächlich Geschäfte. Wo haben wir sie denn? Geschäfte, genau. Dass man einfach ein bisschen ein Grundeinkommen durch Immobilien hat, kann man eventuell auch verkaufen, ist natürlich auch einiges wert, um sich damit zum Beispiel eine sündhaft teure Anlieferstrecke für irgendwelche Waren leisten oder man klatscht irgendwo in den Flughafen hin, ganz nach Belieben. Eventuell auch natürlich eine Hoch- oder Einschienbahn, Magnetschwerbahn. So, ja, was gibt es sonst zu sagen? Ich glaube nicht viel, außer dass die MEP eben wirklich eine Menge Arbeit war und, ja, mein Bild, was DLCs angeht, hat sich nach meiner Arbeit hier wirklich, wirklich geändert. Weil, wenn ich mir ausrechne, wie viele Stunden ich hier investiert habe und vor allem, wenn ich die zwei verworfenen Versionen noch dazu rechne, würde das Ganze nochmal mehr und noch dazu den Aspekt mitnehmen, dass das Ganze eine Auftragsarbeit war und das Ganze, wenn man einen Termindruck hat und, ja, nicht beliebig viel Zeit hat und nicht einfach nur gestalten kann, wenn man denn gerade Lust drauf hat beziehungsweise auch nicht die Möglichkeit hat, zu sagen, ja, ich baue jetzt einfach was anderes, weil ich habe jetzt keine Lust mehr, hier eine Stadt nachzubauen, dann wird das Ganze schon um einiges schwieriger und aufwendiger und, ja, man braucht viel mehr Zeit und Energie. Von dem her, ganz ehrlich, muss ich mittlerweile sagen, und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen, naja, voreingenommen vielleicht, aber vor DLCs habe ich mittlerweile um einiges mehr Respekt und verstehe es, warum die ein paar Euro kosten, weil hier ist wirklich viel Zeit geflossen und ich weiß, wenn es ein DLC zum Beispiel gibt für Cities in Motion, da wo eine Map dann eben drei Euro kostet, sage ich, das ist das Ding eigentlich schon wert, vor allem, wenn man bedenkt, dass man die Grundversion des Spiels, wie eben auch hier bei Bangegan, mittlerweile eigentlich relativ günstig bekommt, sprich 20 Euro oder so. Und, naja, der eine oder andere würde sagen, was ist jetzt das Manko? Und da stimme ich natürlich voll zu, wenn es heißt, ja, es ist einfach nur eine Map und bringt eigentlich keinen neuen Inhalt, außer die Map selbst. Ist richtig, es kommen keine neuen Züge hinzu, wie auch, es kommen keine neuen Gebäude hinzu und es kommt auch nichts hinzu, was irgendwie Mission oder Story beinhaltet, nachdem sich, dass ja viele sich gewünscht haben für Bangegan. Allerdings muss ich dazu sagen, es ist einfach eine technische Limitierung von A-Train selber, also von der original japanischen Version, heißt, hätte man einfach gar nicht machen können. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn ich mir Missionen und Aufgaben anschaue bei, sagen wir mal, City-Symotion, um es zu vergleichen, ist das wirklich der kleinste Teil der Arbeit, weil da gibt es mittlerweile sehr gemütliche Editoren, wo man Missionen einfach zusammenklickt und ich sage mal, eine Mission bei City-Symotion zu machen, wie baue ich drei Linien, das sind drei Klicks im Skript-Editor und ein kleiner Intro-Text, der die Aufgabe beschreibt oder einführt und dann war es das. Also der größte Teil von Arbeiten bei sowas fließt definitiv ins Map-Design und eben auch in die Idee an sich und in das Ganze, in die Arbeit, das Ganze möglichst originalgetreu nachzubilden. Ja, beantwortet natürlich nicht die Frage, ist das ganze Ding den Preis wert, den es kostet? Und ich kann euch die Frage auch nicht beantworten. Ich würde sagen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für manche ist es das sicher nicht wert. Für manche ist es das vielleicht wert. Der eine oder andere, der diese Arbeit schätzt, der eine oder andere, der sagt, ich hole mir lieber eine kostenlose Map, gibt es ja auch ein paar, die man bei bankgigant.de oder im Forum oder wo auch immer sich holen kann. Also absolut kein Thema hier zu sagen, nein, das lasse ich aus, schaue ich mir vielleicht die nächsten Maps an, die kommen, die sind vielleicht besser oder schöner oder umfangreicher oder mit einer Idee dahinter, die mir besser gefällt, mit einer Motivation dahinter, die mir besser gefällt. Ich habe mir einfach gedacht, ist vielleicht eine nette Idee, dass ich hier wirklich auch ein bisschen drüber rede und euch sage, wie ich die Map gemacht habe, warum ich die Map gemacht habe und was ich hier gemacht habe. Ja, also sonst, was kann ich noch sagen? Ich habe mir einfach mit ein paar Details halbwegs Mühe gegeben, dass ich zum Beispiel sage, ich baue hier nette Autobahnkreuze. Also ich habe hier grundsätzlich auf das Element, wie heißt es denn überhaupt, ich müsste jetzt selber schauen, auf die erhöhten, auf die Niveau unterschiedlichen Kreuzungen teilweise bewusst verzichtet, weil ich einfach größere Autobahnkreuze machen wollte. Ich weiß nicht, wo haben wir denn noch eins, muss ich mal schnell drüber schauen. Ja, eben zum Beispiel solche Dinge hier, wo ich einfach sage, da habe ich probiert, jede ein bisschen unterschiedlich zu machen, einfach ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Hier solche Konstrukte, die alle aber einen gewissen Sinn haben und eine gewisse Vorlage haben, weil in echt kommt einfach von hier eine große Straße, kommt von hier eine große Straße, von hier, von hier und von hier. Ist so eine Fünferkreuzung, wo man sich dann überlegen muss, okay, wie gestaltet man das Ganze in Bahngigant, wenn man einfach nur die Elemente zur Verfügung hat, die man eben hat und noch dazu beschränkten Platz. Entsprechend auch teilweise die eine oder andere Straße natürlich unterirdisch, die jetzt vielleicht in Shanghai in Wirklichkeit nicht unterirdisch verläuft, einfach weil sonst kein Platz wäre. Ja, dann haben wir es, glaube ich, besprochen. Also fragt mich gerne noch ein paar Sachen und wie gesagt, ich bin kein Böse, der sagt, ist ihm nicht wert. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich würde mir auch überlegen und ein bisschen situationsabhängig machen, mir die Frage stellen, gefällt es mir, möchte ich es haben, möchte ich es nicht haben, möchte ich warten, vielleicht war es irgendwann billiger, wie auch immer. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, es gibt für jedes Spiel DLCs und ich habe eine Menge, Menge, Menge DLCs gesehen, die besser sind wie der, ich habe aber noch eine größere Menge DLCs gesehen, die wesentlich schlechter sind, beziehungsweise einfach nur lächerlich teuer, wo ich teilweise ein Kleidungsstück für ein Euro oder ähnliches bekomme. Also wenn ich da teilweise durch den einen oder anderen Shop schaue, denke ich mir, okay, das hier ist dann plötzlich doch nicht mehr ganz so teuer, wie der eine oder andere behaupten mag. Dann, ja, hoffe ich, es hat euch gefreut, dass ich hier ein bisschen darüber gesprochen habe und euch das Ganze gezeigt habe. Ich würde sagen, machen wir es kurz, sage alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, vier Denk und baba.